Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich vom Drachenreiten nicht der größte Fan bin. Gott sei Dank kann man mittlerweile auch seine normalen Flugmounts oder als Droide seine Fluggestalt nutzen. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde sagen, zu 75% nutze ich auch immer noch meine Fluggestalt, einfach weil mir das Drachenreiten auf die Eier geht, bin ich ganz ehrlich. Jetzt sieht es aber so aus und ich hoffe inständig, dass das nicht kommen wird, dass das System des Drachenreitens ebenfalls für Bodenmounts kommen wird. Was darauf hindeutet, es gibt neue Anzeichen, neue Sachen, die in den Spieldateien gefunden werden. Das gucken wir uns in diesem Video an und ich kann nur noch mal betonen, ich hoffe inständig, dass das nicht kommen wird. Klar, letzten Endes, das kann ich schon mal vorwegnehmen, übrigens, falls ihr mich unterstützen wollt, und wie immer der Hinweis, sehr gerne den Kanal abonnieren, falls es noch nicht geschehen. Danke an alle für euren Support, auch an die mittlerweile über 10 Kanalmitglieder, freut mich sehr. Vielen Dank an alle, die mich supporten. Und auch noch mal der Hinweis, Twitch versuche ich gerade auch wieder regelmäßiger zu streamen, Sonntagabends, Mittwochabends ab 19, 19.30, twitch.tv slash g6gaming. Gerne mal reinschauen. Letzten Endes, weswegen ich keinen Bock drauf habe, natürlich, in Zukunft wäre es dann so, Blizzard kann einem ja nicht einfach wieder wegnehmen, oder könnten sie theoretisch schon, siehe Schlund, die Fähigkeit Bodenmounts zu nehmen. Aber ich halte es da dann für sehr unwahrscheinlich, dass sie sagen, okay, wenn wir dieses dynamische Reiten bringen, dass dann das normale Reiten nicht mehr funktioniert. Also, damit meine ich, als das Drachenreiten kam, musstest du es ja auf den Dracheninseln verwenden. Also, du hattest keine Alternative, weil deine Flugmounts nicht gingen. Jetzt hast du ja zumindest die Wahl, auch deine normalen Flugmounts zu nutzen, und ich glaube nicht, dass dieses, du kannst am Anfang nur das neue verwenden, wenn es kommen sollte, dass Blizzard das auch auf die Bodenmounts bezieht. Ich hoffe es zumindest nicht. Warum ich trotzdem keinen Bock auf dieses System habe, ist relativ einfach. Ich benutze lieber auch jetzt das normale Fliegen, aber natürlich hat dieses Drachenreiten den Vorteil, dass es wesentlich schneller ist. Wir sprechen hier von einer Fluggeschwindigkeit von 310% im Vergleich zu über 800% in der Spitze mit dem Drachenreiten. Das ist natürlich auch dann nur aktiv. Diese 830%, wenn ihr wirbelnder Ansturm used, also man ist nicht dauerhaft da auf Crack unterwegs. Aber natürlich, das Drachenreiten geht einfach schneller. Habe ich auch schon zig Videos euch gezeigt auf dieselbe Strecke. Man kann ungefähr sagen, man spart sich die Hälfte der Zeit bei den Sachen, die ich getestet hatte. Dementsprechend, ich mag dieses System nicht, weil ich keine Lust habe, beim Fliegen und schon gar nicht beim Reiten auf Mounds irgendwelche Knöpfchen zu drücken. Für mich ist das halt was, das ist kein, und das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, bevor wir zur News kommen, aber ich möchte es einfach noch mehr erläutern, weil ich auch oft gefragt wäre, warum stört ich das denn und keine Ahnung. Ich bin halt jemand gerade, was das Fliegen angeht. Das ist für mich Mittel zum Zweck und kein Gameplay-Element, welches Spaß macht oder Spaß machen muss. Ich verwendere das meistens so, ich suche mir raus, wo ich hin will. Beispielsweise, keine Ahnung, ich will jetzt da hin. Dann gucke ich auf meiner Minimap, okay, richte ich meinen Spielerpfeil ungefähr auf dieses Mark aus. Dann drücke ich die Nummerntaste und dann bin ich erst mal drei Minuten auf Pornhub. So, dementsprechend, dieses normale Fliegen ist vielleicht langsamer, aber es ist halt komfortabel im Sinne von, ich muss als Spieler nichts machen. Und letzten Endes, dieses Drachenreiten ist dann für mich irgendwie, klar, bin ich schneller dadurch, aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit Knöpfchen zu drücken. Oder wie es am Anfang war, bevor man noch ein paar mehr Talente hatte, es hat teilweise halt richtig hart reingesackt, wenn du am Boden warst und die nächsten Minute nicht abheben konntest, zur nächsten Kräuterpflanze oder so, weil du keinen Vigga mehr hattest. Also, dementsprechend, das ist für mich ein bisschen so, als würde ich bei meinem BMW jetzt auch Knöpfchen haben und wenn ich die falsch drücke, dann fahre ich halt langsamer oder kann gerade gar nicht fahren. Dann fahre ich lieber halt mein normales Tempo, was ich kenne, aber muss nicht noch irgendwie zusätzlich irgendeinen Mist machen. Dementsprechend, ich hoffe einfach sehr, dass dieses dynamische Reiten für Bodenmaut nicht kommt, weil, weiß ich nicht, ich sehe da nicht, was mir da den Spaßfaktor bringen soll, aber es sieht leider sehr stark danach aus. Ich hatte das Ganze schon mal aufgegriffen, allerdings hatte Mr. GM jetzt nochmal ein neues Video dazu gemacht, zu dieser ganzen Thematik und das ist sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken, wenn es euch noch mehr interessiert. Was wir schon wussten, was ich euch schon mal gezeigt hatte, ist dieses, dass es in den Spieldateien zu Patch 10.2.5 einen Eintrag gab, dieses Prototype Dynamic Ground Mount, also es gab in den Spieldateien tatsächlich schon ein Test Mount für dieses dynamische Reiten auf dem Boden. Dafür wurde wohl dieses Keys to the Model W, also das Teil hier, welches ihr hier seht, wurde wohl als Test Mount genutzt. Und tatsächlich, das war was, was ich vorher nicht wusste, dieses Mount hat jetzt in der WoW-Database noch einen Hinweis, Dynamic Mount Movement, Enables Dynamic Ground Movement Mechanics While Applied, also das ist wohl aktuell das einzige Mount, welches es gibt, welches in den Spieldateien in der Datenbank von WoW gelinkt ist mit diesem, ja, dynamisches Reiten, das ist übrigens das hier, das Teil, MECA Motorrad Modell W, sieht tatsächlich ziemlich, ziemlich nice aus, das hätte ich ehrlich gesagt ziemlich gern. Wer dabei auch an Mr. Garrisons It denken musste, der lässt gerne mal einen Kommentar da, da muss ich zumindest immer dran denken. Und was auch neu ist, ist tatsächlich, dass es eine Testzone gab mit einer ID, das Ganze war wohl auf der Azur-Mythos-Insel, habe ich selber als Hortler nie wirklich besucht, aber hier Azur-Mythos-Insel, Startgebiet der Drenai und so weiter und so fort, das wurde wohl als Testgebiet verwendet und tatsächlich gab es dann auch noch einen Hinweis, dass diese Zone James Dynamic Mount Test Ground genannt wurde, also James Spielwiese, Testwiese, nenn es wie ihr wollt, für die dynamischen Mounts, was wohl heißt, dass da ein Entwickler mit dem Namen James dran beschäftigt ist. James, wenn du dieses Video siehst, bitte machen nicht weiter. Und tatsächlich wurde diese Map und alles, was dazu gehört, weiter oder wieder entfernt in einem zweiten Bild für Patch 10.2.5. Dementsprechend ist nicht mehr alles zu sehen, aber es gibt zum Beispiel auch noch einen Spell, den Mr. GM entdeckt hatte, dieses Thrill of the Wild, was ähnlich ist wie Thrill of the Skies, dass ihr, wenn ihr am Drachenreiten seid mit hohen Geschwindigkeiten, alle 15 Sekunden einen Vigger freischaltet. Da hat es dann damit zu tun, dass ihr alle 5 Sekunden Vigger wiederherstellt und euer Movement Speed ist um 100% erhöht. Dementsprechend gibt es auch noch hier einen neuen Eintrag, Jump Dashboard Keep Bound Override, was ein Datamineiner gefunden hat, was wohl auch mit diesem dynamischen Reiten zu tun hat. Keine Ahnung, was das am Ende bedeutet. Aber wir werden es sehen. Es gibt leider aus meiner Sicht sehr, sehr viele Hinweise drauf, dass dieses Reiten auch bald kommen wird. Vielleicht nicht mit The War Within, sonst hätten sie es vielleicht schon angekündigt oder vielleicht in irgendeinem Patch, who knows. Aber es ist auf jeden Fall im Hintergrund in der Arbeit und ich bin ganz ehrlich, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich werde es wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wenn man passiv irgendwie Movement Speed kriegt, okay, dann lasse ich da mich drauf ein. Aber ich habe keine Lust, dass ich dann zukünftig jedes Mal, wenn ich auf dem Boden mount bin, dann muss ich ja ständig, wenn ich am Reiten bin, irgendwelche Knöpfchen drücken. Und ihr könnt euch das dann so vorstellen, dass es so aussehen wird, wie halt beim Drachenreiten. Wo haben wir dieses Thrill of the Skies, wo man Vigor regeneriert. Ach, hier oben sind die Dinger, glaube ich. Hier ein Nervenkitzel, der lüftet, das war das Ding. Ihr könnt dann davon ausgehen, so sieht es zumindest aktuell aus, dass man dann auf dem Boden mount sitzt. Man hat vielleicht auch wieder aktive Fähigkeiten oder eventuell auch nur passive. Und indem man dann, wenn es aktive Fähigkeiten sind, Knöpfchen drückt, bewegt man sich dann halt auch auf dem Boden ein bisschen schneller. Macht es natürlich die Fortbewegung etwas komfortabler, aber ich sollte schon mehrfach jetzt dargelegt haben, dass ich keinen Bock habe, auf Knöpfchen drücken, um zu reiten. Das ist für mich, weiß ich nicht, bringt mir keinen Spielspaß, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, viel Meinung, bisschen News, sorry dafür, aber dieses Thema beschäftigt mich emotional, sagen wir es mal so. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich glaube, manchmal bin ich da mit meinem Hass gegen das Drachenreiten ein bisschen, ein bisschen alleine. Aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.